In diesem Video werde ich versuchen, 1000 Tage in Minecraft Hardcore One Block zu überleben. Bis jetzt habe ich ja schon einige coole Dinge gemacht, aber was in dieser letzten Folge noch alles passiert ist, übertrifft wieder einmal alles, was bisher geschehen ist. Ich würde sagen, lasst die 1000 Tage beginnen. Freunde der Sonne, ich begrüße euch herzlichst zu den 1000 Tagen in Minecraft Hardcore One Block. Das erste, was ich machte, war nachzusehen, ob es meinen Endbewohnern wohl noch gut geht, was offensichtlich der Fall war. Dann schaute ich mich am Spawn ein bisschen um, wo natürlich noch meine Kürbiskuchen der letzten paar 100 Tage waren. Die erste kleine Kürbiskucheninsel hatte ich ja im Zuge vom Spawnumbau zerstört und bis jetzt hatte ich eben noch keine dezidierte Insel für mein Lieblingsessen gebaut. Deshalb bereitete ich für eine neue Insel ein paar Items vor, wofür ich unter anderem ein wenig Quarz farmte, eine Fläche mit Erde baute, die zu Gras werden sollte und zum Schluss farmte ich noch ordentlich Eichenholz und Birkenholz. Damit hatte ich dann aber alles beisammen und nachdem ich einen Platz für die neue Kürbiskucheninsel gefunden hatte, konnte das Bauen auch schon beginnen. In der 906. Nacht wurde ich damit dann fertig, was schon echt nicht verkehrt aussah. Am nächsten Morgen, als ich kurz was im Lager machte, droppte ich einfach versehentlich meine Netherite Spitzhacke, aber zum Glück hatte ich ja den Spongebob schon fast fertig gebaut, sonst wäre das nicht so schön gewesen. Naja, ich farmte dann kurz ein bisschen Cleanstone, womit ich dann den Unterbau der Kürbiskucheninsel zu bauen begann. Das war echt nicht so einfach, weil die Insel ja nicht unbedingt schön rund war. Mit dem Endergebnis war ich dann aber trotzdem zufrieden und jetzt fehlte nur noch mehr die Inneneinrichtung. Dafür musste ich noch ordentlich Birkenholz farmen gehen, aber als ich davon genug beisammen hatte, konnte ich auch das Innenleben des Kürbiskuchen anfangen zu bauen. Am Ende des Tages sah das Ganze dann so aus. Ich brauchte für die Rüstungsstände aber noch orange Lederrüstungen, wofür ich einen Sprung in den Nether machte, um mir dort vor den Hoglins das benötigte Leder zu holen. Zurück im Kürbiskuchen machte ich dann die orangenen Lederrüstungen und stattete damit die zwei Rüstungsstände aus, die jetzt einfach wie Kürbismänner aussehen. Finde ich zumindest. Naja, jetzt war ich mit der Inneneinrichtung fertig und das Einzige, was noch fehlte, war außen rundherum die Wiese noch etwas zu verschönern, was ich eben mit Core Stirt und diesen Trampelpfäden machte. Dann war es Zeit, mein Ziel vom 108. Tag endlich zu erreichen, nämlich vier volle Kürbiskuchenkisten bzw. zwei Doppelkisten zu besitzen, was jetzt einfach über 800 Tage dauerte. Aber darauf war ich dann echt stolz. Manchmal muss man eben einfach nur Geduld haben. Naja, mit der Kürbiskucheninsel war ich jetzt endgültig fertig und kann sie euch jetzt präsentieren. Das nächste Projekt, was ich angehen wollte, war der Keller der Tempelinsel. Dort habt ihr ja entschieden, dass ich ein kleines Höhlendorf bauen sollte. Also verarmte ich dafür mal ein wenig Cleanstone, womit ich dann eine Plattform auf der Höhe baute, wo das Dorf dann letztendlich stehen sollte. Zum Schluss sah das dann so aus. Ein wenig Gefälle, dass das auch ein wenig natürlicher aussieht. Anschließend duplizierte ich mit Core Stirt wieder eine Menge Erde, die ich zu Gras machen wollte, weil ohne Sonnenlicht würde sich das Gras im Untergrund des Tempels nicht ausbreiten. Die ganze Oberfläche der Riesenkiste platzierte ich damit voll, womit ich dann in die Höhle ging und anfing, das Gras zu platzieren. Alles ging sich damit leider nicht aus, also hieß es nochmal kurz Erde farmen und darauf zu warten, bis alles zu Gras wurde. In der Zwischenzeit ging ich aber zu meinem Holzfarmplatz und farmte dort eine Viertelstunde Eichenholz. Dann bereitete ich noch ein paar weitere Kleinigkeiten für den Bau vor und snackte mir dann die ganzen Grasblöcke, die ich dann im Untergrund platzierte, womit die ganze Fläche jetzt mit Gras bedeckt war. Da ich jetzt ja schon alles vorbereitet hatte, holte ich die Schalkerboxen, ging in den Keller und fing an, das Höhlen-Dorf zu bauen. Wie ihr seht, baute ich dann einen Weg von außen nach oben, damit man natürlich auch irgendwie zu dem Dorf gelangen kann. Am Anfang war ich sehr skeptisch, wie das aussehen würde, aber ich finde, das schaut eigentlich ziemlich nice aus. Aber das bin natürlich nur ich, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Mit dem Bau des Höhlen-Dorfs war ich jetzt fertig, aber es fehlten natürlich noch die Bewohner. Ich baute also eine Eisenbahnstrecke von der Spawn-Insel bis zum Höhlen-Dorf und als ich dann die Villager befördern wollte, fiel mir einfach auf, dass der Villager-Breeder einfach nicht mehr ging. Aber da ich zum Glück eh nicht mehr so viele brauchte, nahm ich einfach alle mit, die noch übrig waren. Und in ihrem neuen Zuhause gab ich ihnen dann genügend Karotten, damit sie sich selbstständig vermehren konnten. Dann platzierte ich noch in den Häusern überall Betten und somit war jetzt nicht nur das Höhlen-Dorf abgeschlossen, sondern die gesamte Tempel-Insel. Um euch das Prachtstück endlich präsentieren zu können, baute ich noch kurz die Eisenbahnstrecke und den Full-Beacon ab, aber jetzt war es endlich soweit. Na, was sagt ihr dazu? Für mich ist es meine absolute Lieblings-Insel in dieser One-Block-Welt. Da meine Spitzhacke schon wieder kurz vorm Untergehen war, ging ich kurz all meine Sachen reparieren und zurück zu Hause wollte ich dann das nächste Mega-Projekt zu Ende bringen, den Riesenspongebob. Dazu brauchte ich noch ordentlich viel braunes und schwarzes Konkrete und als ich zu meiner Duper-Maschine ging und einfach sah, dass diese einfach am Laufen war, wusste ich schon ungefähr, was mich erwarten wird. Ich weiß nicht mehr, wann ich die das letzte Mal eingeschalten habe, aber das war sicherlich schon einige Zeit her und das Problem bei dieser Maschine ist, dass man die nicht lange laufen lassen darf, weil wenn man sonst das End betritt, Minecraft sich einfach aufhängt, weil einfach hunderttausende von Items dort am Boden liegen. Ich versuchte trotzdem mein Glück und sprang ins End, wo genau das passierte. Nach stundenlanger Recherche kam ich zu dem Schluss, dass ich in den Files den Spawn-Junk vom End löschen kann, was meine einzige Option war. Das machte ich also und das klappte Gott sei Dank. Mein transformiertes End ging also doch nicht verloren, worüber ich wirklich mehr als nur glücklich war. Ich baute die Auffangstation im End wieder auf und ließ dann schwarzes und braunes Konkrete farmen, das ich währenddessen direkt beim Konkrete-Converter zum normalen Konkrete machte. Diesmal passte ich aber auf, dass der Duper nicht allzu lange wieder am Laufen gelassen wird. Mit dem ganzen Konkrete begann ich dann den Spawn-Spot weiterzubauen. Am Ende ging mir dann aber doch noch das schwarze und braune Konkrete aus, weshalb ich noch einmal kurz für 20 Minuten das farmte. Dann konnte ich aber das ganze restliche Glas und den Konkrete platzieren, womit ich dann mit dem nächsten Mega-Projekt, dem Spawn-Spot Pixel-Art, am 936. Tag fertig wurde. Auch bei diesem Projekt hat es einfach geheißen, Geduld und Ausdauer zu haben. Aber ich finde, die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Ich glaube, nicht jeder kann behaupten, einen riesen Spawn-Spot in seiner Welt zu haben. Was ich schon ewig machen wollte, aber immer aufgeschoben habe, war einen richtigen Beacon mit allen Erzblöcken zu bauen. Die höchste Schicht sollten Netherite-Blöcke werden, wofür ich erstmal das ganze Schwarzpulver von meiner Farm holte, was einfach mehr als zwei Schalker-Boxen waren. Um damit auch genügend TNT craften zu können, schmiss ich den Sand-Duper an und überlegte mir in der Zwischenzeit, wie ich den Mega-Beacon bauen sollte. Ich entschied mich dann für diese Anordnung, wobei das allerwertvollste, die Netherite-Blöcke, ganz oben platziert werden sollen. Ich baute mir also ein paar Feuer-Resistenz-Tränke und craftete dann das ganze TNT, nämlich 10,5 Stacks. Damit war ich jetzt ready für die Ancient Debris-Session im Nether. Für die nächsten 80 Minuten jagte ich also eine TNT-Kette nach der anderen in die Luft, in der Hoffnung, möglichst viel Ancient Debris damit zu finden. Am 941. Tag ging mir dann das TNT aus. Die Ausbeute war aber schon ordentlich, ganze 101 Stück. Die ließ ich dann schmelzen und craftete sie anschließend zu 25 Stück Netherite. Was nicht einmal drei ganze Netherite-Blöcke waren. Mit meinem restlichen Netherite konnte ich aber den dritten Block doch noch craften. Also hieß es jetzt nur noch mehr 6 Netherite-Blöcke farmen, was 54 Netherite oder 216 Ancient Debris sind. Also stand ich mal eine Viertelstunde auf Carpider Creeper-Farm, um auszurechnen, ob sich das überhaupt noch ausgehen würde, weil ich ja schon noch ordentlich viel TNT brauchen würde. Die Ausbeute nach einer Viertelstunde war circa eine halbe Schalker-Box mit Schwarzpulver. Nach kurzem Nachrechnen wusste ich, dass ich das eh easy noch ausgehen sollte. Also stand ich diesmal für ganze 50 Minuten auf Carpider Creeper-Farm, was mir dann im Endeffekt 50 Stacks Gunpowder bescherte. Aus diesen craftete ich dann wieder 9 Stacks TNT, womit ich am 946. Tag die zweite lange Netherite-Session angehen konnte. Die nächsten 50 Minuten verbrachte ich also wieder im Nether, wobei am Ende eine Ausbeute von 100 Stück Ancient Debris zu verzeichnen waren. Diese ließ ich auch schmelzen, woraus ich die nächsten drei Netherite-Blöcke craften konnte. Zwei Drittel waren es also geschafft. Für eine weitere Stunde, nämlich bis zum 953. Tag, stand ich nochmal auf Carpider Creeper-Farm, wodurch ich weitere 7 Stacks dynamiert craften konnte, mit denen ich weitere 40 Minuten lang 49 Ancient Debris farmte. Das reichte natürlich nicht aus, aber da ich die letzten 6 Stunden nur damit verbrachte, wollte ich wieder mal was anderes machen. Der Mega-Beacon brauchte ja natürlich auch seinen eigenen Platz und deshalb wollte ich jetzt eine eigene Insel dafür bauen. Es war für mich ziemlich schwer, einen geeigneten Platz dafür auszusuchen, aber als ich mich dann am 956. Tag entschieden hatte, konnte das Bauen auch schon beginnen. Wie ihr seht, hatte ich gleich die ganzen Erzblöcke auch schon platziert. Es fehlte eben nur noch mehr die allerwertvollste Schicht, die Netherite-Blöcke. Ein letztes Mal hieß es für mich also eine Dreiviertelstunde, auf Carpider Creeper-Farm zu stehen und anschließend fast 6 Stacks TNT zu craften. Nach ein paar gebrauten Feuerresistenz-Tränken ging es also in den Nether, wo ich das letzte Ancient Debris am 962. Tag abbauen konnte. Zurück zu Hause craftete ich mir dann die restlichen Netherite-Blöcke, wovon ich jetzt endlich 9 Stück hatte, die ich dann mit vollem Stolz ganz oben auf meinem Mega-Beacon platzierte. Das war echt ein nices Gefühl, sag ich euch. Und nachdem ich den Beacon dann auch platzierte und Stärke 2 auswählte, fühlte ich mich nicht nur stärker, sondern war auch froh, dass ich auch dieses Projekt durchgezogen hatte. Als nächstes auf der To-Do-Liste stand auch endlich mal, meine Zoo fertig zu bringen. Ein paar Mobs fehlten ja natürlich noch und so nahm ich mal alle meine Spawn-Eier und sortierte sie aus, bis ich meine 14 restlichen Mobs beisammen hatte. Für diese fing ich also an, die Sachen vorzubereiten, wofür ich erstmal eine Silk-Touch-Axt für Pilzblöcke machen wollte, als dann auf einmal ein Gewitter aufbrach. Ich flog also direkt zu meiner modifizierten Mob-Köpfe-Farm und holte mir direkt den ersten Mob-Kopf. Dann starb ich einfach fast und leider funktionierte die Architektur jetzt nicht so super gut, dass die Farm dann auch direkt wieder zerstört wurde. Naja, als Ausbeute bekam ich trotzdem zwei Zombie-Köpfe, die ich in meinem Mob-Köpfe-Haus in der kleinen Stadt als Inneneinrichtung hinzufügte. Dann ging die Vorbereitung für den Zoo aber weiter, wofür ich unter anderem Pilze abbaute und alles zusammensammelte. Am 964. Abend war ich dann aber ready und die letzten Gehege konnten gebaut werden. Ja, die sahen schon ganz in Ordnung aus, nur waren sie leider noch leer. Also tradete ich ein paar Name-Decks, benannte die nach den Mobs um und dann konnte es schon losgehen. Die neuen Bewohner waren eine Katze, ein Ertrunkener, eine Lue, ein Eisengolem, ein Stray, ein Hund, eine Pilzkuh, ein Schneegolem und eine Biene. Der nächste an der Reihe war ein zombifizierter Villager, den ich aber augenscheinlich noch ranholen musste. Da der Villager-Breeder ja leider nicht mehr funktionierte, musste ich den Villager mit Hilfe des One-Blocks ranholen, was ich auch für die nächsten 10 Minuten machte, bis endlich Joe spawnte. Ich baute dann eine Eisenbahnstrecke bis vor den Zoo, wo ich eine kleine Plattform aufbaute und wartete, bis er ein Zombie spawnte. Als der dann endlich auftauchte, konnte ich Joe mit der Eisenbahn nach oben befördern, wo er dann zombifiziert wurde. Ich musste dann schnell ein Dach überein bauen, damit er nicht verbrannte. Bis wieder Nacht wurde, baute ich dann die Eisenbahnstrecke wieder ab, kümmerte mich um die restlichen Name-Tags und brachte die restlichen Mobs in den Zoo. Nämlich einen Delfin, ein Lama, ein Phantom und einen Wandering Trader. Dann war aber auch schon wieder Nacht und der zombifizierte Villager durfte auch in sein neues Zuhause. Ich baute dann schnell die kleine Vorrichtung ab und somit war ich mit dem Zoo auch fertig. Zumindest mit den Mobs. So konnte ich den Zoo ja nicht stehen lassen, den musste ich schon noch ein wenig aufpolieren. Und so fing ich mal an, den Cobblestone davor abzubauen und mit Smoothstone eine Umrandung zu bauen. Das sah schon ein wenig besser aus, aber die anderen Seiten und die Rückseite musste ich natürlich auch noch ansehnlicher bauen. Ich baute also die grobe Umrandung und fing dann an, ein dezentes Muster zu bauen. Mir ging dann der Stein aus, also farmte ich den kurz, holte ein paar Lava-Eimer und haute ihn dann in den Ofen. Für die Außenwände wollte ich auch ein bisschen Quarz verbauen, weshalb ich in den Nether schaute und dort für ein paar Minuten ein bisschen Quarz farmte. Ich testete dann, ob das wohl halbwegs in Ordnung aussehen würde, was es dann auch tatsächlich tat. Also hieß es für mich, jetzt ordentlich Quarz zu farmen, was ich für die nächste halbe Stunde auch machte, wo am Ende dann das alles zusammenkam. Damit fing ich dann die erste Seite an zu bauen und als ich damit fertig war und mich dazu entschied, das weiterzubauen, machte ich direkt auf der anderen Seite weiter. Leider ging mir dann nicht nur das Quarz aus, sondern auch die Shroomlights, die ich auch unbedingt einbauen wollte. Also hieß es für mich ein weiteres Mal, für eine halbe Stunde Quarz und Shroomlights zu farmen. Am 977. Tag war ich aber wieder zu Hause und konnte mit den Wänden vom Zoo weitermachen. Ich wurde sogar so gut wie fertig, es fehlten nur mehr ein paar Shroomlights. Diese holte ich aber auf schnelle Welle im Nether und baute damit den Zoo zu Ende. Schaut vielleicht etwas eigenartig aus, aber ich finde sie irgendwie lustig. Naja, ich musste noch die Sandkabine ausbessern und dann war der Zoo auch eigentlich endlich fertig. Das nächste, was ich vorhatte, war mich selbst zu bauen. Das wollte ich schon immer mal machen und so bereitete ich die Blöcke dafür vor, wofür ich beim Duper noch ein wenig graues und hellgraues Concrete farmen hab lassen. Das ich im Anschluss dann auch direkt zum normalen Concrete machte. Dann stand ich vor der großen Entscheidung, wo ich mich selbst hinbauen sollte. Ich entschied mich dann nach langem Überlegen für eine Stelle, wo das Bauen dann auch beginnen konnte. Ja, so sah das Endergebnis dann aus und wenn ihr gerade den Film schaut, dann ist jetzt tatsächlich schon mein Shop online gegangen, wo ihr euch meinen Skin in echt holen könnt. Freunde der Sonne, ich sag's euch, freut euch drauf. Der wird echt richtig nice. Naja, den in meiner Minecraft-Welt stehen zu haben, finde ich aber auch extrem cool. Was ich auch noch unbedingt machen musste, war das Aquarium mit 100 Fischen zu vervollständigen. Dazu tradete ich die nächsten Tage echt ordentlich mit dem Village Hunt, um zum einen eben mir die Fische zu kaufen, zum anderen aber die über 50 Nametags noch, die den Großteil der Emeralds ausmachten. Jedes Nametag musste ich natürlich umbenennen, was auch den ein oder anderen Amboss kostete. Um mehr traden zu können, machte ich auch einen Sprung zu meiner Gold-XP-Farm im Nether, wo ich mal das ganze Gold lootete, was ca. 80 Goldblöcke ausmachte. Damit konnte ich also noch schneller alles zusammen traden, womit ich endlich am 984. Tag fertig wurde. Jetzt hieß es also nur noch mehr die ganzen Fische in das Riesen-Aquarium freizulassen und sie umzubenennen, bis dann ganz zum Schluss der 100. Fisch in das Aquarium kam. 100 Fische sind echt nicht wenig und ich finde das ziemlich cool, auch so viele Fische in meinem Aquarium zu haben. Das einzige, was noch cooler gewesen wäre, ist, wenn noch mehr tropische Fische hier drinnen wären, aber man kann ja nicht alles haben. Endlich spawnte wieder einmal ein Wandering Trader, wovon ich ein Lama ja noch in den Zoo bringen musste. Ich baute also vom Zoo weg einen Weg bis zu meinem Cobblestone-Farmwürfel, wo ich ein Lama dann in ein Minecart packte und das so zu meinem neuen Zuhause schickte. Dann baute ich den Weg wieder ab und benannte die Füchse nach eurem Wunsch in Thaddeus und Patrick um. Thaddeus ist zwar falsch geschrieben, aber was soll's, ich finde die Namen trotzdem gut. Als nächstes wollte ich die Stadt mit ein wenig Bäumen schmücken, was ich die Nacht lang machte und im Anschluss platzierte ich außen noch überall Gras und Blumen. Das sah schon ein wenig besser aus und ich wollte dann den Rest noch aufräumen, wo ich in einer der Kisten einfach absolut viele Stacks an Grasblöcken fand. Was mich wirklich ärgerte, da ich in der Vergangenheit ja schon ordentlich viel Grasblöcke immer farmen musste. Naja, ich räumte den ganzen Schabernack auf und besserte hier und dort noch Kleinigkeiten aus. Darunter machte ich den Unterbau auch noch einheitlich. Dann war die Stadt dabei endlich vollständig, womit ich auch äußerst zufrieden war. Das nächste, was noch auf meiner Liste stand, waren die letzten Tierinseln zu bauen. Als erstes war das Lama dran und so farmte ich ein wenig Cleanstone und am 987. Tag konnte das Bauen dann beginnen. Leider war irgendwas falsch mit dem Replay-Mod, also gibt es hier keine Timelapse. Die Baut war aber zum Glück nicht allzu groß und ich wurde in der 988. Nacht damit fertig, womit ich auch recht zufrieden war. Ich brachte aber natürlich auch noch zwei Lamas in ihr neues Zuhause und somit war die Lama-Insel auch fertig. Als nächstes war der Eisbär an der Reihe, für den ich ordentlich Schnee holte, den Platz aussuchte und zu bauen begann. Wie ihr seht, einfach wieder eine kleine Insel, diesmal aber in Weiß und mit einem kleinen Igloo. Ich brachte noch den Polarbären zu seinem neuen Zuhause und die vorletzte Insel war somit auch erledigt. Die letzten an der Reihe waren die Pandas. Für die suchte ich also auch einen guten Platz aus und baute auch für die eine eigene Insel. Dann wollte ich die zwei Kollegen noch hinübertransportieren, wobei ein Panda dabei leider runterfiel. Naja, als der eine Panda in seinem neuen Zuhause war, war diese Insel auch abgeschlossen. Und so stand ich jetzt vor der Entscheidung, was ich mit den restlichen Mobs auf meiner allerersten Tierinsel machen sollte. Ich ließ sie dann einfach ein wenig fliegen und baute die gesamte Konstruktion ab. Zum Schluss blieb noch das hier übrig, das 100 Tage Buch. Hier wollte ich dieses Artefakt nicht einfach hängen lassen, also überlegte ich mir einen ganz besonderen Platz dafür. Ich brachte es an der Decke meines Tempels an, wo es fortan seinen Platz hat. Jetzt war ich aber endgültig fertig mit den Tierinseln, worüber ich auch unglaublich glücklich bin, wie das Ganze aussieht. Dann sammelte ich ein letztes Mal meine gesamten Farmerzeugnisse ein und sortierte sie unter anderem ein. Da ich ja über die letzten fast 1000 Tage jetzt schon unzählige Stacks an Eisenblöcke zusammenfarmte, wollte ich damit etwas machen. Da ich mir schon eigentlich sehr sicher war, dass ich die 1000 Tage überleben werde, entschied ich mich genau das zu bauen. Die 1000 Tage. Also fing ich an mit den Eisenblöcken riesige Zahlen zu bauen, wobei leider erneut beim Replaybot etwas falsch war. Es also hier auch keine Timelapse gibt. Naja, ich platzierte bis zum 996. Tag brutal viele Eisenblöcke. Das Endergebnis sah dann so aus und ich finde, das schaut schon sehr mächtig aus. Die 1000 Tage waren ja auch nicht mehr allzu weit. Was ich jetzt noch machen wollte, war eine Feuerwerkshow für den 1000. Tag vorzubereiten. Und so craftete ich Unmengen an verschiedenen Feuerwerksternen mit verschiedenen Effekten und Farben. Dafür musste ich auch noch ganz kurz ein wenig Kohle bei meiner Wither Skeleton Farm farmen. Und als mir dann das Gunpowder ausging, fing ich an die Konstruktion für die Show zu bauen. Nur leider funktionierte die nicht. Und zwar, weil ich die Feuerwerksterne ja noch zu Raketen craften musste, was ich leider komplett vergessen hatte. Da ich jetzt aber kein Schwarzpulver mehr hatte, stand ich bis zur 998. Nacht bei meiner Creeper Farm, mit dessen Schwarzpulver ich jetzt alles zu Raketen craften konnte. Diese packte ich dann alle in die Dispenser und nachdem ich hier und dort noch Sachen aufräumte, musste ich noch unbedingt eine Sache erledigen. Eine geupdatete Karte machen. Ich craftete mir also einige Karten und aktivierte sie alle, die ich dann in einem meiner Häuser der Stadt aufhängte, wo ich echt sagen muss, dass sich vieles zur alten Karte verändert hat. Da es jetzt schon der 1000. Tag war, schaute ich mir nochmal alle Sachen, die ich in der langen Zeit erschaffen hatte, an. Angefangen bei der Stadt, die Hauptinsel, die Villagerinsel, die Farmwürfel, der Zoo, Spongebob, die Tierinseln, das transformierte End und zu guter Letzt meine Tempelinsel, welche mein Lieblingsprojekt von allen war. Das alles ist innerhalb der letzten 1000 Tage erschaffen worden, wobei das nicht mal alles war. Hier muss ich kurz mal ein Danke an jeden einzelnen Zuschauer aussprechen. Ohne euch wäre das alles hier nämlich nie passiert. Ihr wisst gar nicht, wie viel es mir bedeutet, ob stiller Zuschauer oder nicht, dass ihr meine Videos schaut. Ein großes Dankeschön. Dann war es aber Zeit für den Abschied. Das Feuerwerk startete und ich war zum einen etwas traurig, dass dieses Projekt zu Ende ging, zum anderen aber extrem stolz, dass ich es bis zum 1000. Tag überhaupt geschafft habe. Ein letztes Mal kann ich also sagen, das war es. Ich habe 1000 Tage in Minecraft Hardcore One Block ohne zu sterben überlebt.